Scheiße, komm bitte streck doch mal deinen fetten verfickten Kopf um die Ecke. Granate, Granate, ah gut, freundliche Granate. Achtung, nein von links, ich bin tot. Entschuldigung, wir sollten diese Position aufgeben, kannst du mich reanimieren? Links, 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 bin schon wieder fast tot. Weg, 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 verdammt. Soll wirf'ne Granate und dann... Ah, Scheiße, Mann. Ey, da kamen grad zwei Granate. Endlich, ich hab'n Headshot gemacht, das ist mein erster Kill, Leute. Komm, geben wir bei Tog rein, um rechts um die Ecke und rennen dann wieder von hinten rein. Ja, okay. Ja, gut, warte, ich geb' euch bis in Deckung. Zieh' rechts auf den Gang, wir haben drast links. Das klingt irgendwie viel zu professionell. Ich geb' euch Deckung. Schieß' auf aus, was sich bewegt. Ja, nicht auf uns. Hä? Hä? Ja, willst du mich verarschen, der hat mich getötet. Äh, Joel, kannst du mich bitte reanimieren, anstatt an mir vorbei zu rennen? Jaaaa... Äh, wo bist du denn? Ah, da unten. Ich bin jetzt extra nicht wieder eingestiegen. Achtung, Gegner! Verdammt! Verdammt! Ausstehen! Ah, wiederbeleben! Verdammt! Tut mir leid, das waren deine Punkte. Nein, ey, das gibt's doch nicht! Dreckige Hure! Äh! Rumpf! Ja, ohne Scheiß, der schießt einfach aus der Hüfte, nichts anvisieren und hofft, dass seine M-Geschüsse alles treffen. Ich seh' hier einfach keine Gegner, das ist ne Scheiß-Sniper-Position. Vielleicht sieht man hier ein bisschen mehr. Äh, wir sollten vielleicht den Helikopter abschließen. Wo ist denn ein Helikopter? Hinterm Haus. Woah, geht nicht, du! Woah, fuck! Fuuu! Bist du tot, Joel? Noch nichts. Ich hab noch drei Prozent, äh, neun Prozent Leben, das heißt, bin ich verstanden. Nein! Nein, ich bin tot! Entschuldigung, ich bin rechts, äh, bei der Unterdachung. Bei den Containern. Ich weiß aber, das sind nicht gerade wenige Gegner. Renan Prin, dort ist niemand. Hey, ich hab Squats-Born-Ribbon, das sind die einzigsten Ribbon, die ich wirklich regelmäßig krieg. Ah, okay, ich kann spawnen. Da kam einer um die Ecke und hat mich abgeknallt. Ich war nur, du weißt. Komm, ich will ja grad irgendeine Sniper so richtig ficken, der hat irgendwer Medi-Pack. Äh, nein, ich hab nur den Granatwerfer dabei. Wir haben auch immer angeschiesst, aber. Joko? Was ist? Joko? Joko? Oh, fuck. Ähm. Joko, habt ihr konkretes? Danke. Ja, ich bin trotzdem tot, der Anthropop, äh, SV98. Piss hat mich gekriegt und ich nehme jetzt auch wieder SV98. Die L96 ist irgendwie nicht so was für mich. Das muss ich alles mal auf Screen freispielen, damit ich auch mal hier. Wieso bist du nicht bei mir? Ja, ich bin auf dem Weg zu dir. Also ich bin hier direkt hinter dem Feind. Nein! Ich bin tot. Spawn bei mir rein, wenn du kommst. Äh, wenn du kannst. Heyha, da, äh, Mumpf direkt links neben dir theoretisch. Ja, da müsste einer da... Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich probier nicht. Hm, ich kann leider nicht bei dir spawnen bis zu weit weg, aber ich komm gleich. Okay, wenigstens habe ich noch eine zwei AKD. Ja, gut, wenigstens habe ich keine 0,5 AKD, aber die kommt gleich. Noch einmal sterben. Der Typ denkt, ein tolles Treffen... Ja, Mum, wo bist denn du? Wie bist du denn da rausgekommen? Rechts entlang und dann den Hügel rauf. Okay. Komm, willst du noch einsteigen, oder was? Ähm, Mum, da ist einer bei dir. Ich weiß, aber ich sehe nicht. Hinter dir. Nein, er hat mich... Wie? Ich kann den nicht sehen im Gebüsch. Das ist wahrscheinlich wieder so ein verdammter Grafiknoob, der auf Minimal spielt und deshalb keine Büsche hat. Ja. Ja, ohne Scheiß, wie soll man mich sonst so töten können? Ich meine, ja, ich war im gleichen Boot schwer und ich habe nichts gesehen und er war markiert. Hm. Keine Ahnung. Ja, Mum, frägt dich doch nicht so auf, ist so bloß ein Spiel, man kann dich auch einsteigern. Ich meine, das Computer mit einer schlechten Grafik so zu sagen, ein Vorteil bekommt. Ja, ja, klar. Ich finde, die hätten es nicht so machen sollen, dass einfach irgendwas weg ist auf Minimum, sondern dass die Qualität einfach scheiße ist. Nein, fuck! Oh, und dann schon wieder von der P90, du Schlampe! Hilfe bei Kilderich Niederhaltung schon seit 10 Minuten nur noch solche Kilds. Ja, ich werde eben von der gleichen Reaktion während der Buhrer umgebracht. Und schon fertig? Hey, Mum, das gucken Kinder zu. Ja, ne, ja, es ist wirklich so. Die meisten meiner Abonnenten sind, glaube ich, so zwischen 12 und 15. Oh, ich habe trotzdem wenigstens 6000 Punkte. Ich bin bei... Keine Ahnung wie viele Punkte, aber es macht schon Spaß. Oh, jetzt sind wir wieder angreifend, das heißt so viel wie ich nehme MG36. 5400 Punkte, verdammt. Keine Ahnung, 8400. Ich habe eine KD von 1,7, 8, längste Serie 4, verdammt. Ja, egal, wir machen jetzt einen Schnitt und wir sehen uns nach der Pause wieder. Bis gleich. In 13 Sekunden. Wir kommen zurück, nach der Pause. Ah, genau, es gab ja eine Pause, hallo! Das ist voll unsympathisch, Delta. Unsympathisch. Also, ich bin wieder Versorger, das heißt, du musst mich realisieren und ich gebe dir dafür Munition. Toll, wir sind Angreifer und ich bin Sniper, das ist eine gute Wahl. Effizient! Achtung, Flugabwehr geschützt, habe ich C4 dabei, bitte, bitte, bitte! Ja, gut! Was? Och, Mutter! Ey, komm, ne, komm, ich rede mir gar nicht mehr als Maulfusseliches, bringt da sowieso nichts. Mutter? Mutterarschgefickter Huren, so wollte ich eigentlich sagen. Aber gut, pass mal das. Hab ich keinen Bock mehr drauf, sah ich. Ach, verdammt. Was? Ohne Scheiß! Der Spin-Dinger, was auch immer der dich getötet hat, oder? Ja. Ich schieße voll auf ihn rauf. Ja. Ich treffe ihn die ganze Zeit, er dreht sich in der Zeit um und schießt mich tot. Hm, nett. Nicht unbedingt nett, sondern einfach, äh, wie viel Leben hat der? Ja, 200. Das wäre auch zu wenig gewesen. Hattest du in der Zwischenzeit schon mal jemand entschärft, das Teil? Nö. Nein. Geil, dann krieg ich vielleicht die Punkte. Los, entschärft es! Ach, den gleichen Panzerwagen. Weiß, ich versteck mich. Boah, und wieso töte denn so wieder diese Schlampe? Und jetzt hat er noch 52% Leben? Hey! Hey! Nein! Das waren Headshots! Hey, guckt euch das Video an, wenn ich's hochgeladen hab. Ich hab dem 1000 Headshots gegeben, das ist kein Witz. Mit 3% überlebt die Bitch das auch noch. Hey, ha, 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 das geht einfach nicht. Das kann nicht wahr sein. Ha, ha. Ey, ich würde rausgehen, weil da drüben das Flughafen geschützt wird. Ist es schon explodiert? Ja, schon lange. Gut, da hab ich Punkte dafür gekriegt. Ah, ne, ist noch gar nicht explodiert. Oh, jetzt hab ich einmal was zu scharf gemacht. Weißt du, es passiert mir aus Versehen sonst nie. Ey, es ist doch hochgegangen. Doch, warte mal. Doch, es ist down. Es ist down, es ist down. Ich hab gerade das Falsche beobachtet. Wolle ich da vor dir. Boah, eigentlich läuft's hier mal wieder ein bisschen, ey. Mein Gott. Als FB hab ich ein Schussfeld, Joel. Ja. Hi, Joel, ich bin hier. Ah, ja. Toll. Warte Joel, ich deck dich mal. Ne, ich deck dich nicht. Hier ist er, hier ist er. Doch, da kommt gleich einer, pass auf. Es kommt keiner. Es kommt keiner. Ich kann von oben runter schießen. Doch, da kommt gleich einer. Ja, eine ist tot. Achtung, ein zweiter kommt. Er ist hinter den komischen Blechen. Ich weiß, ich hab ihn gerade gesehen. Panzerwehrschütze unterwegs. Wie das da oben einfach die wichtigste Stelle ist, um diese Station einzunehmen. Und das... Nein! Wie konnte ein Sniper mich erledigen hier oben? Der hat mich gemessert. Der hat mich gemessert. Der ist ja exkludiert. Der hat mein Mg aufgenommen, ohne Scheiß, was seid ihr hier. Mumpf, langsam reicht. Nein, jetzt nehme ich den Venom und töte den Wixer. Mit Venom kannst du nicht schießen. Ist mir scheißgar, ich lande dort und ich überflieg ihn. Der kann zerstückelt werden. Von den Rotorblättern finde ich an GTA 4 auch ziemlich krass geil gemacht. st kann man das ja ein GTA 4 da springt zum Beispiel der Heli steht gerade über Kopf und springt in Rotorblätter bis tot er tut hey auch nein der Wichser hat ein Loch in dem Boden geschossen jetzt bin ich das Haus wieder runtergefahren ich werde er nicht mehr Dankeschön ihr merkt vielleicht die Runde ist nicht mehr so ich bin nicht mehr so aggressiv ist er aufgefallen für der Nürnberg ich habe es euch da schon mal aufgefallen und wie ihr beide am besten sei das nicht okay Toco hat eine na hey ja er hat mich auch noch erwischt das ist ein Hacker das ist ganz klar ja er hat mich auch noch erwischt der hat irgendwie mehr Health Points ja das ist wirklich ein Hacker erstmal ohne Scheiß das glaube ich wirklich weil normalerweise sage ich das dann nur so wenn ich sauer bin aber haa das ist ein Hacker das ist ein ganz klares Ding ey der genauso der Pisser ja weiß ich ich kapier das einfach nicht wie die mich töten augenblicklich ohne Headshot und ich muss denen da 50 Headshots gehen damit die mal verrecken das kann es ja wohl bald nicht mehr wahr sein sorry wo bist du das gibt es ja wohl nicht ich bin im bin oben mein Gott ich flieg okay ja bis rechts oder links rechts ja gut ich bin auch drin ich bin links ja cool ja cool so jetzt zuerst mal Skills zeigen ja ey was heißt wie soll ich denn so Skills zeigen wenn du nicht fliegen kannst ja er meint er soll selber Skills zeigen ja weißt du wenn dort ein gegnerisches Flugauwehrgeschütz ist guck da vorne da unten ist ein Gegner zum Beispiel habe ich ja ich sollte vielleicht auf das Flugauwehrgeschütz schießen hab ich doch und raus tschö tschö oh what the fuck boah 60% leben nur noch ey das gibt's doch gar nicht du ohne Scheiß sicher es ist rasch und die Gegner müssen nicht nach vorne stürmen aber die campen doch wirklich alle nur aber dort geht dort nicht hin du stirbst sowieso gleich äh ok ich bin echt tot mein Gott hey von hinten wieder Gamma User ja der hat bestimmt Gamma ganz ganz hoch gedreht dass alles ganz grell ist hey schuldig reanimier mich gemacht es ist immer der Viehgott oder was auch immer wie auch immer der Typ heißt ja der hat mehr Health Points oder sonst irgendetwas ich habe ich vorhin dreimal gekillt da sollst du nicht lang gehen ich bin tot übrigens ma ich habe gerade aus reinem Lack einen Doppelkill gemacht hm cool verdammt und ich wollte dich geanimieren jetzt bist du tot und jetzt ey ohne Scheiß fucked ja fucked hab mich auch geanimiert boah ich Glück gehabt ey der hätte mich jetzt wegficken können ey und dann hätte mich aufgeregt der fucked komm 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 schnell Granate hinschmeißen fuck du Affe ja ich schreibe lieber nicht eine richtige Beleidung sonst kriegt auch nur bad language haa ich hab oder hab ich na ne ich hab ich hab nur Hacker geschrieben in der Runde krass oder ja ja ja